Online-Banking birgt viele Gefahren. Mit diesem praktischen Multikartenlesegerät und einer Banking-Software erledigen Sie Ihr Geldgeschäft im Internet jetzt noch sicherer. Dank seines kompakten Hosentaschenformats und des integrierten USB-Kabels eignet sich Ihr neues Multitalent ideal für unterwegs. Der Cardreader liest nicht nur gängige Chipkarten aus. Er unterstützt auch alle wichtigen Speicherkartenformate. Dank eigener Slots für die kleinen MicroSD- und M2-Karten ersparen Sie sich das umständliche Gefummel mit zusätzlichen Adaptern. Sogar die Daten auf der SIM-Karte Ihres Handys können Sie problemlos auslesen und auf dem PC bearbeiten. Das integrierte USB-Anschlusskabel ist optimal im Gehäuse verstaut und lässt sich mit einem Handgriff an Ihrem PC oder das Notebook anschließen. Holen Sie sich das beruhigende Gefühl sicherer Bankgeschäfte. Dieser Cardreader ist ein Muss für jeden modernen Schreibtisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017